level 22 vertragte tippsteine hier ist das war doch der schein tendo es war ein schein ja das war ein schein schön das können sie hier sein münzen oder alle punkte war verschenkt das sind alle punkte hallo in trotz alle münzen mit weiß kann hallo 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 er fast ausgeknallt ja komm schon leg dich frau hier okay das geht vor und zurück das geht hohen runter ok dann bin ich ja schon da da hin okay so ein paar etappen für auf die seite kommen ist auf der seite los nee hallo nee hallo nee hallo nee hallo komm schon nee nee jetzt verstehe ich das kommentary muss ich hoch keine ahnung kann ich hier durch nein doch nein nein ja 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 oh und sogar gitter schon mal hier na immerhin was selbst werden für tabii äh ähm also ja natürlich jetzt muss ich hier bestimmt das gegenteil machen ne clever jetzt mein stern schon nein ich will euch zum stern nein oh nein nein das hab ich falsch gedrückt warte ich will doch da hey wie werde ich denn da hochgekommen ich muss doch noch mein ding und noch meinen diamant hier so hoch da nein nein aber wir kriegen jetzt den diamant sogar der erste diamant der kann nicht so schwer sein da ist ein loch mit keinem durchgang ob es da ein loch weiß es nicht soll ich da reingehen das loch ja ich muss da rein nein rein und da und da dankeschön sooo das haben wir da 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 boah ich bin hier voll profi Leute passt mal auf hier ja nicht ganz äh ja hier hin ne nicht ganz verdammt doch hier rein hier und hier und hier rum hier rum oh mein gott äh hier rum und geschafft dankeschön ach ja was eine tortuja so Tim schnell nur 6 mal berühren naja 9001 ist es nicht aber 6 mal geht ja noch so ok 6 mal einmal muss ich schon mal ne fahr jetzt den hoch oder runter ich muss den nach links oder nach rechts ist der schnuch ne das ist unten das heißt doch ich muss den hoch machen oh dankeschön einmal jetzt zweimal dreimal viermal ok ja 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 haben wir haben wir und der jetzt fünfmal und jetzt nur noch hier den weg lang gehen so fünfmal einmal treffen lassen damit er geht komm ich durch doch komm ich durch so wir waren sogar nur ein fünfmal hä 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 wir sind schlau ne gibt doch nicht ein ach gibt doch nicht muss nochmal einmal muss ich nochmal na gut und den we did it gerhalt düdeldi 句 geht geil und pixel action na komm na hin bonus level spielen muss aber etwas lachen komm komm pixel level pixel 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 ich höre noch nichts da drin ist er nicht oben top down auch nicht nirgendwo zu sehen da war gewonnen nach bonuslevel ja immer ja schon bonuslevel ist ja okay jemand möchte in den kommentar doch in den kommentaren im chat dass ich den bonuslevel münzen waren machen deshalb mache ich das so kommt und wir nehmen die jacke hacken 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 ist geil hacken oh nein ich bin nicht ganz so da gekommen oh hm hm viel lustig ich hab mir letzt mal angefangen also vorher angefangen hab vor zwei stunden äh ja und es geht weiter mit level 23 unterbundes kasten karussell here i go time for this turns are captain toes ok ist klar und schwer so mystic level auf jeden fall von der musik her oh ich hasse diese mystic level oh ich bin wegen was geht los aber wat alles klar runter ja guck mal ganz schön stern holen na nicht ganz flop na gehen wir jetzt am besten mal hin hier ist doof zwei patzen oder boot drum echt habe ich das so lange gemacht gespielt sagen wir kommen jetzt hier weiter ich warte hier einfach ganz einfach so gut da kommen wir jetzt nicht rein da kommen wir jetzt auch nicht rein gut ich kann aber bei gelb reingehen cool ich komm gar nicht mehr rein ne ich komm gar nicht mehr rein guck ich hab mich ausgesperrt Geheime Missionen sehen, was wir davon machen müssen. Goldpilz einsammeln. Müssen wir das schon mal. Weiß es nicht mehr so einfach das Spiel. Weiß es Stern holen und weitergehen. Aber nein, wir wollen ja irgendwie fast alles holen. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir überhaupt alles schaffen. Weil die Späterin ist ja noch richtig schwer. Das ist ja das Problem. Ja mal gucken. Noch geht es ja einigermaßen. Das Event beginnt noch gar nicht so lange, ich mich nicht bewege. Erst wenn ich mich bewege, gehts los. Ich muss ein bisschen mehr bewegen. Immer noch getriggert hat Event? Hier ist das Event getriggert. Ich bin hier oben drauf. Spiel. Haha. Ich glaub ich muss ja sogar mal oben drauf ne. 5 Stern. Ach hier ist mein Goldpilz. Ha. Hab ich schon ganz allein geholt. Spiel. Ohne deine Hilfe. Jetzt hab ich aber ein Problem. Ne? Noch nicht. Geh ich rein. Klop. Ich muss das sogar so machen ne. Wie komm ich jetzt hier gut weg? So. Okay. Ui. Bisschen knapp, aber hey. Jetzt nochmal hier runterfallen. Oh oh. Alter war das knapp. Ho ho ho. Und der andere Stern ist irgendwie draußen. Ein Kasten drinnen. Von welcher Seite muss ich da reinkommen? Von der hier. Oder so. Hm? Nee. Hier kann ich jetzt mal nichts drin platzieren. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Äh. Wie komm ich da rein? Da ist irgendwo ein Loch. Da in der Mitte? Ne. Das ist nicht das Loch. Da ist das Loch? Ach da ist das Loch ne? Hier ist das Loch. Das heißt. Ach da gehts durch. Okay. Mhm. Mhm. Hier müssen nach Rot. Oh. Nicht da runter. Ne. Hier runter? Das war keine gute Idee. Geil. Wir müssen nach Rot. Hab ich eigentlich noch den Links eingesammelt? Ich wusste gar nicht. Kann sein. Ich hoffe mal. Ich denke mal. Sonst ist er wieder hoch hier. Mal kurz gucken ob wir ihn eingesammelt haben. Noch. Oder ob der wieder weg ist. Äh. Äh. Ah. Ist ja weg gewesen. Gut. Oh. Jetzt bin ich hier falsch. Oh oh. Dit 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 dit. Das war schlecht. Nochmal einsammeln. Och. Jetzt mich vergessen hochzulaufen. Ja. Vor allen Dingen ich. Äh. Äh. Komm. 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 Es geht noch. Oh man. Was mach ich jetzt hier aber? Ja. Jetzt laufe ich. So. So. Wir sind oben drauf. Ganz gefährlich. Aber ey. Nichts ist äh. Unmöglich. So. So. Schon wieder einen Fehler gemacht. Das gibts doch nicht. Oh. 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 Okay. Jetzt sind wir hier drin. Gut. Alles klar. Wir kommen jetzt hier gut raus. Oh. 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 Hey. acompa ich dich an. Oh. 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 fosse. aliXaus So schwer sind wir doch gar nicht spielen. Ja, komm, schüss. Ich brauchte dich eh noch nie. Jetzt ist sie draus. Er hat's gesagt. Er hat's echt gesagt. Ja. Mann, du bist auch zu nix zu gebrauchen, ey. Bleib denn mal ein Abenteuer drin hier, ey. So. Hoch mit dir. Dankeschön. Und weiter. Schwer ein Fehler gemacht. Egal. Fehler, 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 Fehler. Letztes Leben, Leute. Jetzt leben. Dann haben wir kein Live mehr. Haben wir so schon nicht, aber egal. Und vorbei. Game over. Krass. So sieht der Game over-Skin aus. Hab ich noch nie gesehen, glaub ich. Boah, ich will fortsetzen. Wir haben jetzt wohl verloren an den Fortschritt. Oh, das kenne ich gar nicht. Ist doch cool. Ja gut, das wollen wir mal gemacht haben, ne. Muss man auch mal sehen hier. Guck mal, kann ich mal Leben holen. Ja, ist ja lieb vom Spiel. Ist das nicht nett vom Spiel? So. Sehr schön. Ja, das ist auch gleich schon mal ein paar Leben. Ich wollte es mal zeigen, ne. Ich muss es auch mal gezeigt werden, ja. Alles. Ja, das geht es wieder raus ins Licht, ne. Ui. Kein so wenigen Abenteurer. Wollen wir schön untersehen. Interessiert mich nicht. Sind alle Sachen auch gespeichert? Natürlich sind auch gespeichert. Wäre jetzt geil, wenn die so nicht gespeichert werden. Weißt du, ich gucke mal. Ist alles gespeichert? Naja, ist alles gespeichert. Ist alles gespeichert. Ach, die Diamanten sind aber weg von den Leveln. Na gut, das ist okay. Also etwas ein bisschen, ähm... Progression haben wir doch verloren, aber nicht so viel. So, wir gehen ja jetzt nochmal hier zur Stelle. Ich habe schon jetzt... Ach geil, nehmen wir jetzt mal den hier. Da ist mein Goldpilz. Hallo Goldi. Die Schwächspiele noch holen. da bin ich rein na endlich jetzt ist es schon mal hier drin schon mal etwas ganz einfach diesen diamanten holt oder den blöden goldpilz und den diamanten alle sind ja nicht schwer so ich muss mich sogar nur fallen lassen für das sollte den goldpilz holen dafür brauche ich das gelbe hier das ist schon zu spät gewesen brauche ich das grüne grün ist auch schon perfekt klappt sogar hier ich hätte mal warten müssen es war zu früh ich bin gelaufen man darf nicht laufen wird man ja na rolle rollt rocken rollt das war zu früh schön einfach schön also nicht schön ach jetzt auf einmal geht es doch oder was mein goldpilz ja dankeschön na geht doch jetzt muss ich nur noch ganz sachte hier raus kommen dachte sich toilette und ja sie wird es auch schon irgendwie ausführen irgendwie kommen wir auf grün grün kann nichts passieren grün ist safe grün ist sogar unser auszugangspunkt sehr schön soll ich jetzt raus aus dem verfluchten level ach ja einfach schön also nicht schön manchmal brauche ich auch sprüche raus so schnell kann ich versteck sein wir gucken erstmal so noch sehen nicht doch da ist er gefunden da ist ein mieses schwein hier einfach am start verstecken nee nee nee